Moin Moin und damit willkommen zu einer kleinen Ankündigung. Ich habe heute vor, in einem Livestream, und zwar bei Twitch, eine Runde mit euch zu spielen. Und dabei könnte es um der Rote schlechter gehen. Ich habe das DSA 5 Regelwerk noch nicht gelesen, daher spiele ich das Ganze aber mit 4.1 Regeln. Schauen wir einfach mal gemeinsam in dieses Solo-Abenteuer rein. Und wenn ihr mögt, könntet ihr eben auch über die Kommentarfunktion mitentscheiden, wo wir hingehen, was wir tun, was wir machen. Und dann schauen wir uns doch mal gemeinsam dieses Abenteuer an. Ich selber habe es noch nicht gelesen, ich kenne noch gar nichts zu diesem Abenteuer. Und gehe da einfach sehr, sehr blauäugig ran. Gut, wenn es euch interessiert, heute Abend auf Twitch, ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag.